hey leute ein neuer tag ein neuer blog ich hoffe euch geht es gut ich freue mich dass sie wieder eingeschaltet habt ich habe hier gerade mein matcher ausgetrunken jetzt auch mal weg stellen und habe so ein bisschen darüber nachgedacht was ich heute in diesem blog machen möchte und also ich wusste das schon aber ich musste mich noch mal so ein bisschen sammeln denn ich bin wirklich gerade eben aus dem urlaub zurückgekommen und ja wie fange ich an also irgendwie waren die letzten wochen sehr durcheinander also es fing eigentlich an seit ich mir den arm gebrochen habe vorher war ich nämlich irgendwie in voll der guten routine und auch so mega motiviert für alles ja und dann bin ich vom pferd gefallen bisher habe ich mir den arm gebrochen da hatte ich dann erst mal ein gips und dann habe ich den gips gerade abbekommen dann war ich auf einer geschäftsreise mit jenny auf ibiza bin dann nach hause gekommen bin dann krank geworden bin wieder gesund gewesen direkt im anschluss war ich jetzt mit philipp auf einer weiteren geschäftsreise und zwar in österreich war auch wirklich wunder wunderschön wir waren in gurgel wurden vom touristengebiet gurgel eingeladen und das war wirklich eine richtig schöne reise dann ging es am sonntag nacht sind wir wieder hier zu hause angekommen kurz geschlafen ich habe noch nachts meinen koffer umgepackt und dann bin ich morgens früh direkt jetzt nach holland gefahren und habe dort ein paar tage mit meiner familie verbracht wir haben da zwei ferienhäuser gemietet die beiden familien von meinen meinen brüdern und meine eltern waren auch mit dem camper auf einem campingplatz daneben und ja das war jetzt auch eine richtig schöne zeit allerdings habe ich so die letzten zwei wochen gefühlt nicht geschlafen ich glaube mir sieht man es auch an ich habe augenringe ich bin so müde am liebsten würde ich eigentlich nur rumliegen und pennen aber es ist wirklich auch viel arbeit stehen geblieben die letzten wochen und ich muss irgendwie gucken dass ich wieder eine routine finde so wie es vor dem unfall war also irgendwie fühle ich mich im moment so ein bisschen mit dem kopf überall ihr versteht was ich meine ich glaube das ist aber auch so typische man aus dem urlaub wieder kommt dass man dann halt irgendwie mal gucken muss wie man jetzt wieder so ein bisschen rein kommt und genau darum soll sich jetzt diese box so ein bisschen drehen dass ich euch so ein bisschen mitnehmen was ich mache um halt wieder irgendwie so ein bisschen in routine zu kommen ich beginne jetzt erst einmal mit ein ein bisschen beauty denn ich fühle mich so ein bisschen wie so nacktmull also meine augenbrauen muss ich dringend noch mal färben und überlege ob ich auch mal was neues ausprobieren und mir ein wimpern lifting selber mache ich habe dann nämlich so ein neues kit denn irgendwie sind meine augen so richtig so richtig klein und ja hätte gerne ein bisschen wimpern ihr kommt natürlich mit und ich würde sagen los geht's okay erschreckt euch nicht das soll eine vorheraufnahme von meinen wimpern sein ich habe jetzt hier dieses lash lift kit von fleeky benutzt und als erstes mal diese augen pads auf meinen augen lidern aufgeklebt ich habe schon häufiger mit dieser firma auch meine augenbrauen gelüftet das hat immer gut funktioniert deswegen wollte ich das jetzt mal für die wimpern ausprobieren was tue ich hier ich kriege die augen gar nicht mehr auf sehe gar nichts mehr ok ja was soll ich sagen ich habe so was schon mal ausprobiert das war ein kompletter fail und auch dieses mal muss ich ganz ehrlich sagen hatte ich große probleme erst einmal überhaupt dieses pad auf meine augen zu kleben und dann muss man sich halt die wimpern hoch bürsten und die sollen dann festkleben auf diesem pad und leute die wollten einfach nicht kleben ich habe so viel kleber benutzt aber es war ein ganz ganz großer struggle ich sage es euch und auch nicht gerade angenehm so am auge das kommt einfach noch dazu oh gott wie ich gucke furchtbar so leute gruselig ich habe es geschafft die wimpern einigermaßen hoch zu biegen also nicht zu biegen hoch zu machen mit dem kleber und jetzt fange ich an diese notion darauf zu machen ja ich habe dann also diese allererste dauerwellen creme was anderes ist es ja letztendlich nicht auf meine wimpern aufgetragen und beim letzten mal hatte ich das problem dass sich die wimpern direkt von dem pad lösen also der kleber löst sich dann und ihr habt mir damals gesagt ich soll frischhaltefolie drauf machen damit die wimpern halt auf dem pad bleiben ja das ist irgendwie aber nicht so einfach gewesen denn diese frischhaltefolie wollte überall halten nur nicht auf meinen augen sondern eher an meinen fingernägeln und so und dadurch habe ich mir dann richtig schön diese lotion in meine augen geschmiert das hat dann gebrannt wie feuer also es war es war wunderbar also wirklich ja dann habe ich zehn minuten versucht zu entspannen mit tränenden augen habe das dann mit einem wattepad abgenommen und dann hier diesen zweiten schritt aufgetragen das ist dann halt diese entwickler emulsion oder was auch immer und habe das gleiche dann nochmal gemacht und ja hier seht ihr wie meine wimpern sich von dem pad gelöst haben ihr habt ja gerade wahrscheinlich in der letzten sequenz gesehen irgendwie hat das überhaupt nicht gehalten das mit meinen wimpern das funktioniert nicht ich glaube die sind einfach irgendwie zu kurz und zu gerade das heißt das klebt einfach nicht an diesem pad ich habe ungefähr die halbe tube von diesem kleber darauf geschmiert keine chance es ist aber jetzt schon ein kleiner schwung zu sehen aber es ist nicht so wie wenn man das im kosmetikstudio macht wo die dann richtig gebogen sind so richtig nach oben stehen da ist jetzt vielleicht so eine leichte welle drin wir schauen uns das gleich mal an wenn ich mir dann die wimpern tusche was ich jetzt aber auf jeden fall noch schnell mache und das geht halt gott sei dank auch wirklich schnell ist mir die augenbrauen färben weil die sind mir auch zu hell und dafür nehme ich mir hier von sei aus das augenbrauen kit in der farbe hellbraun das mischt man eins zu eins ja ich glaube das hat man so ne also genauso viel hier von der farbe wie von dieser entwickler notion das mische ich mir einfach hier zusammen da rein und dann spiele ich mir das auf die augenbrauen lasse das nur wirklich zwei drei minuten einwirken und das war es dann auch schon das geht nämlich echt schnell und ich möchte halt auch nicht dass die zu dunkel werden die augenbrauen hier habe ich das jetzt drin und dann vermische ich das einfach gut wirst du jetzt nackt da hinten durchgelaufen ja ja muss leider noch mal durch so das ist jetzt das ergebnis also ihr seht meine augenbrauen sind wesentlich dunkler da ist jetzt nicht irgendwas nachgezogen oder so wie gesagt da die haut ist noch ein bisschen dunkel das wird noch weg gewaschen in den nächsten tagen aber auch meine wimpern sehen doch besser aus als ich dachte ich hoffe man kann es erkennen also die sind doch geschwungener als ich es vermutet hätte also ich habe wirklich jetzt nur normale wimperntusche benutzt also keine wimpern zange oder so sondern einfach nur getuscht ich bin echt gespannt wie lange das so hält aber jetzt gerade sehen meine wimpern richtig lang aus also ich nicht schlecht bin ganz zufrieden war also doch nicht umsonst so ich habe mich jetzt hier in mein büro gesetzt und habe jetzt ein meeting in drei minuten mit dem girl happens team es gibt im moment bei uns intern einige umstrukturierungen also wir machen vieles so ein bisschen neu wir haben auch zum beispiel eine neue produktionsfirma uns gesucht und zwar ist die in hamburg und deswegen haben wir auch gerade nicht mehr so viele produkte in stock also vieles ist leider ausverkauft und das ist jetzt gerade so ein bisschen blöde phase dass man es halt einmal stoppen musste die produktion damit wir halt in der neuen produktion wieder starten können also ich habe viele fragen von euch nämlich bekommen wann kommt der reinigungsschaum wieder rein wann kommt die tagescreme wieder rein und so also ich kann euch da jetzt gerade noch kein genaues datum nennen also es wird leider noch ein wenig dauern wir hoffen in q4 so ende des jahres was dann wieder alles online ist und dann vielleicht sogar auch schon mit neuen produkten denn dadurch dass wir dann die produktion komplett in deutschland haben können wir auch viel schneller neue produkte entwickeln das hat nämlich alles sehr lang gedauert bis man dann mal die test dazu geschickt bekommt dauert drei monate dann muss ich das ja erst mal ein paar wochen testen dann gebe ich mein feedback dann müssen die das ändern und dann dauert das zum beispiel gerade bei kosmetikprodukten die müssen so eine gewisse zeit im labor reifen sag ich mal das ist dann so ein stabilitätstest und alle solche geschichten also das ist alles sehr sehr langwierig nur damit ihr bescheid wisst also wir arbeiten da an vielen dingen im hintergrund aber es dauert gerade ein wenig und jetzt muss ich auch ins meeting rein so das meeting ist jetzt vorbei wir werden heute neue samples zugeschickt für neue produkte ich bin schon sehr gespannt die werde ich dann auf herz und nieren testen vielleicht erzähle ich euch mal zwischenzeitlich wenn ich die dann bekommen habe was darüber ich glaube ich habe euch noch nie so richtig in den produktentwicklungsprozess mitgenommen das ist das schöne wenn wir jetzt bald unsere komplette produktion an einer stelle haben dann kann ich euch da auch mal so richtig hin mitnehmen und ich will auch da hinfahren und euch dann das im labor zeigen und so also ich finde das ist eine richtig schöne sache und dann würde halt alles noch besser werden ganz einfach ja aber wie gesagt es ist es dauert halt einfach ein wenig ich hoffe ihr habt dafür verständnis auf jeden fall muss ich mich jetzt gerade mal noch eben oben andere dinge kümmern muss jetzt meiner managerin antworten die hat mir nämlich die letzten tage auch so einige dinge geschrieben was ich alles so wo ich noch feedback zu geben muss ich muss noch bestellungen machen aber ich glaube das mache ich heute abend in ruhe da habe ich jetzt gerade nicht den kopf für und dann muss ich ich muss noch zur post da liegt nämlich ein paket für eine kooperation sie muss ich das muss ich gleich noch abholen dann muss ich meine insides schicken das bedeutet wenn ich eine kooperation zum beispiel auf instagram gemacht habe oder auf youtube dann muss ich screenshots schicken wie das ganze angekommen ist also wie viele leute sich das angeschaut haben wie häufig auf den link geklickt wurde und das schicke ich meinem management und die schicken das dann wiederum an die kunden damit die halt einfach wissen wie die wie letztendlich diese kooperation funktioniert hat das ist ganz wichtig das muss ich jetzt auf jeden fall machen dann muss ich mir jetzt gerade auch noch was durchlesen ich bin nämlich angefragt in einer jury zu sitzen was theoretisch ganz cool ist aber ich weiß nicht ob ich mit mache das muss ich mir jetzt mal noch durchlesen und alle solche dinge das mache ich jetzt mal eben und dann gehen wir auch endlich einkaufen so wie ihr sehen kommt haben wir gerade echt einen riesig großen einkauf gemacht war aber auch dringend notwendig weil wir hatten wirklich nichts mehr haben echt so alles was wir noch hatten aufgegessen ich glaube ihr könnt euch ja sogar an den kühlschrank erinnern wie er aussagen jetzt ist er richtig schön voll so muss das aussehen ja und ich werde jetzt auch endlich mal was zu essen kochen ich zeige euch mal was ich geplant habe für die nächsten tage und zwar habe ich einmal eine curry gemüse maultaschen suppe tatsächlich habe ich aber keine vegetarischen maultaschen gefunden deswegen haben wir jetzt so also sowas wie ravioli dann geholt gefüllte paprika mit spinat kartoffeln und minzsoße reis mit wok gemüse und erdnusssoße das mache ich jetzt und überbackene gemüse fangkuchen mit schnittlauchsoße das habe ich einfach mal ausgesucht hier das ist alles vom thermomix übrigens falls ihr euch da wundert genau das mache ich jetzt mal haben jetzt schon irgendwie länger nicht mehr so richtig mit dem thermomix gekocht wo bin ich denn jetzt hier deswegen wollte ich das jetzt dringend auch noch mal machen und es gab einige neue vegetarische gerichte die alle deswegen probiere ich das jetzt mal aus ich habe das hier schon mal direkt auf den thermomix geworfen reis mit wok gemüse und erdnusssoße hört sich ganz gut an wir machen hierzu aber noch hier diese schicker ricky streifen die haben wir noch gekauft weil ja weil nur gemüse ist halt immer ein bisschen wenig das wird dann auch nicht so happy brauchen immer noch so was dabei deswegen gibt es das dazu kochvorgang starten ok so ich habe jetzt hier einmal das wok gemüse ein bisschen gedämpft dann basmati reis und jetzt habe ich hier die soße vorbereitet da drin ist erdnusscreme kokosmilch ingwer knoblauch ein bisschen sojasauce ein gemüsebrühwürfel und cayenne pfeffer so das muss ich jetzt einmal durchmischen nehme ich an so 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 einen wunderschönen guten morgen so es ist der nächste tag ich möchte mich heute weiter damit beschäftigen ja einfach so ein bisschen mich vorzubereiten auf die nächste woche wo ich halt wieder so ein bisschen besser und strukturierter durchstarten möchte und was muss man natürlich dafür machen den koffer ausräumen so um ehrlich zu sein muss glaube ich fast alles in die wäsche weil ich hatte wirklich nur diesen kleinen koffer mit in holland und ja das hier kommt aber nicht in die wäsche und habe die ganzen klamotten eigentlich die ganze zeit immer wieder angezogen das lag im strand im sand ist auch eklig staubig und das her keine ahnung was kommt ins bad ein tampon wo kommt das her auch ins bad auch ins bad meine unfassbar dreckige handy wille die muss ich auf jeden fall gleich mal abwaschen die sieht aber auch echt nicht mehr so gut aus wo muss man mal eine neue holen ich muss auch dringend nochmal meine amazon storefront erneuern ich habe viele neue coole sachen bei amazon gekauft die euch die bestimmt für euch auch nützlich sind ich werde da mal ein paar neue sachen in meine storefront packen falls ihr nicht wisst was eine storefront ist das ist letztendlich einfach so eine wie so ein amazon shop der von mir ist also ich verkaufe die sachen natürlich nicht ich habe die dann nur einfach so unterteilt und dann findet ihr zum beispiel bei dem thema haushalt alle meine haushaltssachen und so weiter das ist echt ganz cool das verlinke ich euch gerne mal in der infobox so dann habe ich hier meine schmuckkiste aber da komme ich gleich zu ich muss mal eben die seite ausräumen aber wie gesagt ich glaube das ist sowieso alles dreckig das muss ganz dringend mal in die wäsche ganz ganz dringend wäsche alles wäsche okay nee warte mal das eine t-shirt das habe ich nicht angehabt so und jetzt kann ich euch auch hier mein kleines travel schmuckkästchen zeigen das habe ich nämlich ganz neu von pure lay und generell habe ich ein paar neue schmuckstücke zeige euch das jetzt mal gerade wie das von innen aussieht das ist echt praktisch wenn man einfach so ein bisschen schmuck mit in den urlaub nehmen möchte oder so ich habe jetzt hier oben zum beispiel zwei ketten drangehängt die kann man dann hier halt in dieses täschchen unten rein machen und dann hängen die hier an diesem kleinen haken hier seht ihr ja ist das für ringe und hier kann man alles mögliche reintun nämlich noch so ein paar große ohrringe und auch so armreifen und das ist sehr sehr praktisch das hatte ich mit in österreich und jetzt auch mit in holland und dann wollte ich euch noch ein paar neue schmuckstücke zeigen muss ich mich glaube ich mal drehen für ein bisschen besseres licht und zwar habe ich mir einmal diese kette hier bei pure lay gekauft das ist einfach nur so eine ganz feine mit ganz vielen bunten steinchen die sind jetzt aber nicht so mega bunt das sind so ein bisschen gedecktere farben so in grün und ja rötlich und auch durchsichtig und ja mag ich total gerne und passend dazu habe ich mir noch diese ohrringe mitgenommen solche liebe ich das sind so stecker die man so zusammensteckt also einmal hat man hier den kleinen stecker und dann kann man von hinten noch das drumherum an das ohrläppchen machen man kann das sogar verstellen je nachdem wie lang eure ohrläppchen sind finde ich auch total schön und auch ein bisschen dezenter auch die die ich gestern getragen habe falls euch das aufgefallen ist das waren die hier diese hier das sind einfach halt auch so ohrstecker mit drei steinen finde ich auch super schön dann kennt ihr glaube ich schon den ring hier von mir den hatte ich mir letztes mal bei pure lay schon gekauft den hier trage ich auch total gerne das ist einfach nur ein ganz ganz schlichter einfach nur so ein goldener ring manchmal mag ich halt total schlichten schmuck manchmal mag ich total großen schmuck zum beispiel also es kommt immer auf meine stimmung an jetzt gerade habe ich halt wie gesagt hier diese etwas buntere kette so ein bisschen was buntes finde ich halt auch ganz sommerlich das gefällt mir ganz gut und passt ja auch gerade in die jahreszeit es gibt da gold schmuck silber und auch rosé gold also das für jeden was dabei es gibt bunte sachen es gibt ganz schlichte dinge also da findet wirklich jeder was und leute wie ich schon sagte ich habe gestern ganz spontan noch einen rabattcode bekommen ich muss mal gerade gucken wie der hieß also der code heißt say aloha kati finde ich ganz witzig schreibe ich natürlich noch mal hier hin und damit bekommt ihr 30 prozent auf alles außer sale den mahina club und geschenkkarten und es ist gültig bis zum 31.07.2023 also mega gut 30 prozent auf alles das gibt es echt nicht häufig also gut dass ich noch mal nach einem code gefragt habe freut mich sehr ich liebe pure lay der schmuck hält halt auch ein einfach damit könnt ihr sogar duschen gehen ihr könnt damit in den pool gehen und da passiert wirklich nichts damit ich habe teilweise ketten und so weiter von pure lay die habe ich hoch und runter getragen die habe ich seit mindestens fünf jahren ich zeige euch da mal was zum beispiel diese kette ich weiß nicht ob es die jetzt noch gibt aber ich möchte euch einfach nur mal zeigen die habe ich wirklich rauf und runter getragen die habe ich schon super super lang und wie ihr sehen könnt die ist einfach immer noch gold also die ist nicht verfärbt oder so die habe ich auch im urlaub getragen habe übel geschwitzt und so und die qualität bei pure lay ist echt super kann ich besten gewissens empfehlen ich glaube da könnt ihr auch mir alle zustimmen die schon mal was von pure lay gekauft haben es ist einfach immer super genau ja alle infos findet ihr auch noch mal in der infobox und ich räume jetzt hier gerade mal den rest auf so ich bin jetzt gerade am kochen und zwar gibt es heute die curry gemüse maultaschensuppe auf jeden fall wollte ich euch aber mal eine empfehlung aussprechen habe ich gestern abend noch vergessen habe ich mir ein brot gemacht und zwar gibt es jetzt eine neue vegetarische wurst zumindest habe ich die vorher noch nie gegessen und zwar ist das diese hier das ist so wie so eine hähnchenbrust wurst von der rügenwalder mühle veganer hauchschnitt typ hähnchen auf basis von weizen ist sogar vegan und leute die ist mega lecker es gibt so eine ähnliche schon ich weiß nicht die von gutfried ist oder so die hat aber so komisch süßlich geschmeckt die fand ich nicht so geil aber die da die schmeckt genau wie hähnchen also echt verrückt aber empfehlenswert schmeckt mir sehr gut so leute philip und ich wir haben jetzt die ganze zeit überlegt ob wir heute noch ein großes projekt angehen und zwar warum wird das denn nicht scharf hallo hallo habe ich mal ausgemessen was wir bräuchten alles an material um an dieser wand so zierleisten anzubringen stückleisten zierleisten wie man es auch immer nennen möchte weil ich hier gerne endlich aus dieser wand hier einen schönen hintergrund möchte und ja das haben wir jetzt gerade mal so ein bisschen ausgerechnet klingt aber nach einem sehr großen projekt aber dafür ist es leider heute schon zu spät aber vielleicht mache ich das dann in einem der nächsten blocks ja vielleicht irgendwie so ungefähr und das müsst ihr euch an der wand vorstellen darüber will ich ja dann noch mein hintergrundsystem anbringen damit ich dann auch leinwände runter machen kann dann habe ich halt noch eine möglichkeit für einen hintergrund wäre ganz cool auf jeden fall flippe ich gerade jetzt dabei und packt mir hier meine bestellung aus ich hatte euch ja glaube ich erzählt dass ich mir eine neue lampe gekauft habe ich fürchte allerdings woran ich nicht gedacht habe ist eine birne zu bestellen ich bin gespannt glaube ich dass da eine bei ist deswegen kann ich es wahrscheinlich gar nicht ausprobieren schauen wir mal ganz kurzer stopp um euch zu erklären worum es jetzt gerade eigentlich geht ich glaube das habe ich nämlich nicht gemacht und zwar habe ich ja hier unten mein studio eingerichtet einerseits als büro um hier zu arbeiten und aber auch um zu drehen ich möchte hier meine reels drehen tiktoks drehen und so weiter aber das problem ist das licht das kommt nämlich von der einen seite und ich möchte gerne vor der wand die die ich euch jetzt hier gezeigt habe auch drehen und das funktioniert aber so nicht das licht sieht einfach nicht gut genug aus daher habe ich mir jetzt eine sehr sehr starke studiolampe bestellt um das licht von der anderen seite auszugleichen genau wie soll ich sagen da ist das gar nicht mit einer bierne das ist so ein ding was ist das was für ein profigerät ja sehe ich was hast du bestellen ja irgendwas was halt mega stark ist brauche ich glaube aber da brauchst du keine birne brauchen wir deine birne ich habe keine das hier ist die birne wenn ich das jetzt auf den ersten blick richtig sehen müsste man da nämlich dann einfach das hier drauf setzen das sieht richtig aus wie beim fernsehen das ist der land im schirm was ich jetzt nicht habe ist das ein stativ weil ich dachte immer eins meiner 5000 stative die ich habe wird schon passen das ist der schirm das ist nur der schirm ich dachte das wäre ein das ist der schirm also ich weiß ja jetzt nicht wie viel platz ist dann aber maria also ich muss dazu sagen ich bin ja jetzt schon wirklich lange mit kathie zusammen diesen monat übrigens sieben jahre und die dinger hier die gehen mir schon seit seit tag eins richtig auf den senken immer im weg stehen und die bringen halt gar nichts hier in diesem raum das ist so traurig falls ihr mir auf instagram folgt dann habt ihr das gesehen ich habe das mal probiert wenn ich so eine lampe hier drin anmache die sieht man gar nicht aber das hier ich hoffe dass man die dann wenigstens bemerkt da weißt du wie oft ich dagegen laufen würde naja egal ja der andere scheiß den räume ich ja dann weg ich schwörs ich habe keine ahnung wie man das zusammenbaut ja hab ich auch nicht also ich würde sagen ich mache mir die kamera aus wir versuchen das zusammen zu bauen und dann machen wir gleich den test wenn wir das ding ankriegen so leute wir haben das jetzt hier irgendwie aufgebaut und jetzt gleich kommt der moment der wahrheit so groß ist jetzt dieser lampenschirm das sieht gut aus das beleuchtet schön von oben nach unten was machst du da blitz man kann ja einfach dauerlicht so am flackern ja krass das ist auf jeden fall gut hell sehr gut hell ich stelle mich mal davor ja das wichtige ist halt dass es das tageslicht ausbalancieren kann ob das halt funktioniert also es sieht auf jeden fall schwerer aus ja ja das wird gehen ich glaube schon geil mega so ich musste jetzt hier erstmal pausieren mit dieser ganzen lampen geschichte und so so hundertprozentig weiß ich auch immer noch nicht ob das klappt eventuell brauche ich noch eine in dieser größe ich weiß es nicht es ist so schwierig mit dem licht hier unten also hätte ich das vorher gewusst hätte ich genau dasselbe wieder gemacht aber es ist halt einfach super schwierig licht auszugleichen wenn das einfach komplett von der seite kommt das iphone verändert das licht einfach immer so dass ich dunkel bin ist total verrückt naja ich beschäftige mich jetzt lieber als nächstes was sonst so auf meiner to do liste steht um halt am montag fresh in die woche starten zu können ihr könnt es euch vielleicht denken ich muss ganz dringend hier unten aufräumen insbesondere mein schreibtisch hier liegt alles voller dokumente und generell ja hier muss ich natürlich jetzt auch aufräumen hier sieht es ja jetzt auch ganz furchtbar aus und das machen wir jetzt mal eben so ich habe jetzt hier aufgeräumt die unterlagen sortiert und auch einmal so ich habe jetzt hier aufgeräumt die unterlagen sortiert und auch einmal durchgesagt wie man sehen kann den staubsauger müsst ihr euch damit hochnehmen ja und jetzt mache ich mich noch an die wochenplanung und zwar steht nächste woche auch wirklich richtig viel an und deswegen werde ich jetzt meine woche so ein bisschen versuchen zu planen bei mir fällt immer das problem es kommt immer anders als man denkt letztendlich also das ist halt leider das ist so ein nachteil vor meinem job so ein paar dinge sind natürlich gesetzt wie zum beispiel meetings ja gut die werden auch häufig verschoben oder so eigentlich eben gar nichts planbar aber irgendwie muss man ja planen deswegen will ich das jetzt mal aufschreiben ich habe hier bei amazon jetzt letztens erst ich hoffe ihr könnt es erkennen so einen wochenplaner gekauft ich habe mir nämlich in den letzten wochen immer einen ausgedruckt aus dem internet drucker sind einfach nervig deswegen habe ich mir das jetzt mal gekauft ihr seht schon der ist ganz schlicht und hier geht es wirklich von 6 uhr morgens bis 10 uhr abends ganz kleine felder wo man halt wirklich jede uhrzeit eintragen kann und das finde ich irgendwie ganz cool und den nutze ich ganz gerne um halt und wirklich auch zeitlich alles gut durchplanen zu können okay ich glaube dann bin ich eigentlich auch soweit fertig mit meinen vorbereitungen ansonsten wollte ich auch noch mal ganz kurz mit euch sprechen und zwar habe ich gerade heute auch mit philip und auf unserem langen gassi spaziergang habe ich ganz lange mit ihm gesprochen denn ich habe irgendwie das bedürfnis mich so ein bisschen neu zu erfinden oder irgendwie ein bisschen was zu ändern insbesondere auch hier auf youtube ja ich habe irgendwie das gefühl es wird noch mal zeit ich bin mir aber noch nicht sicher wie und was ich genau will darüber möchte ich mir jetzt die nächsten tage oder wochen gedanken machen irgendwie hat das tatsächlich damit angefangen als ich mit euch gesprochen habe über diese diskussion was ist irgendwie ein blog muss ich blog in den titel schreiben und irgendwie mache ich ja nur vlogs und so und da habe ich auch viel feedback von euch bekommen und das hat mir irgendwie ja da habe ich dann irgendwie so ein bisschen länger darüber nachgedacht über das ganze thema insbesondere halt wie sich mein kanal entwickelt hat also früher habe ich ja eigentlich nur thematische videos gemacht das heißt ja weil sie nicht damals so back to school videos so make-up outfit oder ich habe dann do it yourselves gemacht oder make-up tutorials haar tutorials also eher so videos wo es gar nicht so um mich persönlich geht wisst ihr wie ich meine ich hatte ja dann immer zusätzlich meinen blog kanal karti2go und ich habe die ja dann in 2018 oder wann war das habe ich ja beide kanäle zusammengeführt eigentlich mit dem gedanken dass ich halt einfach mehr videos machen kann auf einem kanal dass ich das nicht immer so trennen will dass ich halt auch mal thematische videos in so einem blog style filme aber irgendwie hat sich das jetzt schleichend wirklich so entwickelt dass ich nur noch vlogs hochlade und euch immer so mit in meinen alltag nehme versteht mich nicht falsch das ist cool und das ist auch eigentlich so das was ich auch selbst am häufigsten auf youtube konsumiere allerdings merke ich dass mir das schwer fällt insbesondere wenn ich halt möchte dass wirklich jeden sonntag ein video online kommt ja wie drücke ich das jetzt aus dass es nicht falsch rüberkommt weil das ist immer schwierig ich glaube jeder von euch kann verstehen dass nicht in jeder woche irgendetwas spannendes passiert und ja ich weiß ihr mögt es auch wenn ich einfach nur alltägliche dinge filme wie ich koche was ich putze das haus und so verstehe ich aber ich kann das nicht jede woche film ich kann nicht jede woche das gleiche film ich kann nicht jede woche zeigen wie ich putze ich kann nicht jede woche zeigen wie ich koche wisst ihr wie ich meine oder mich schminke also dass das ist für mich zu langweilig und wenn es für mich zu langweilig ist dann ist es mit sicherheit auch irgendwann für euch zu langweilig deswegen fällt es mir einfach manchmal schwer jede woche mir irgendwas neues zu überlegen ich bin immer richtig froh wenn ich irgendeine gute idee habe wie zum beispiel dass ich dann auch endlich einen raum fertigstellen kann und es hier ist ja auch immer noch viel 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 zu machen und hier wird auch noch viel passieren aber es passiert halt nicht jede woche so viel dass es für so ein komplettes video reicht wenn ihr versteht was ich meine und auf jeden fall hatten viele von euch halt geschrieben dass euch irgendwie gar nicht so richtig bewusst war dass eigentlich ja nur noch vlogs auf diesen kanal kommen irgendwie habt ihr gedacht dass auch noch thematische videos kommen was aber ja wirklich schon seit langer langer zeit eigentlich nicht mehr der fall ist und und irgendwie denke ich mir jetzt so nachdem ich darüber nachgedacht habe dass ich das zurückbringen will dass hier auch mal wieder thematische videos online kommen nur was genau das weiß ich noch nicht muss ich ehrlich gesagt sagen also klar ich denke mal es wird auf jeden fall zum herbst hin auch wieder ein fashion video geben für herbst mode das habe ich auch schon so ein bisschen angefangen zu planen tatsächlich also das möchte ich auf jeden fall machen aber vielleicht auch mal so ganz andere dinge oder wieder so ein bisschen back to the roots dass ich vielleicht auch mal irgendwie produkte teste dass ich wirklich mal so ein komplettes video irgendein richtig cooles produkt teste oder sowas oder vielleicht auch irgendwie was außerhalb des hauses also ich muss ja gar nicht hier drinnen irgendwas testen sowas kleines sondern weiß ich nicht ich könnte auch mal ich meine jetzt ist jetzt nur ein beispiel okay also ich könnte zum beispiel die first class in einem flugzeug testen oder sowas das ist jetzt eine sehr teure geschichte ich meine das ist jetzt nur ein beispiel damit ihr versteht was ich meine dass ich vielleicht auch mal solche videos mache dass ich ja einfach irgendwie irgendein thema überlege und dazu ein video mache und nicht immer alles nur auf meinen alltag münze versteht ihr wie ich meine das würde mir nämlich manchmal doch auch den druck nehmen also es ist für mich halt schon manchmal echt schwierig wenn nichts in der woche los ist dann denke ich mir dann fängt schon montag an dass ich denke oh gott was könnte ich denn diese woche bloggen mir macht das spaß wenn ich denn auch was zu zeigen habe ich glaube dass ja fast ist ganz gut zusammen ich hoffe dass das nicht irgendwie blöd rüber kommt dass ihr denkt dass ich keinen bock auf youtube habe um gottes willen ich muss ehrlich gesagt sagen dass youtube für mich immer noch meine allerliebste plattform ist weil man hier einfach ein bisschen länger reden kann hier kann ich auch persönlich mit euch sein was ich auch schön finde aber was für mich zum beispiel auch ein problem ist ist so die balance zwischen den ganzen plattformen also wenn ich zum beispiel eine ganze woche lang irgendwie versuche alles was einigermaßen interessant ist für den vlog zu filmen dann habe ich nichts für meine instagram stories übrig ja das sind im moment so ein bisschen meine überlegungen schreibt mir gerne eure ideen in die kommentare wenn ihr irgendwie denkt kathie teste doch mal weiß ich nicht das neueste produkt von dyson irgendeine fashion marke oder ein auto ich meine das ist natürlich mit ein bisschen mehr planungsaufwand verboten aber wenn ihr jetzt sagt kathie hey teste doch mal teste doch mal den neuen range rover habe ich das jetzt nur ein beispiel dann ja könnte ich das ja mal wirklich irgendwie in angriff nehmen versteht ihr wie ich meine um einfach auch ein bisschen abwechslung reinzubringen natürlich möchte ich weiter vloggen nur das vielleicht dass ich vielleicht nicht jede woche auf krampfen vlog hochladen muss oh gott ich hoffe das kommt nicht falsch rüber also falls ihr ideen für mich habt oder gedanken dazu schreibt die mir sehr gerne konstruktiv in die kommentare bitte das wäre super und an dieser stelle würde ich euch dann auch verlassen ich habe den kopf voller gedanken und ideen wie ihr merkt also ich habe bock ich möchte gerne wieder mich ein bisschen besser strukturieren und das ist halt etwas was gerade für mich sehr schwierig ist auch durch diese vlogs weil ich halt jeden tag denke okay ich muss irgendwas lang ich muss irgendwas interessantes machen schaffe es dann nicht habe dann schlechtes gewissen weil ich dann andere dinge hinten angestellt habe und es ist ein großes durcheinander im moment irgendwie deswegen habe ich ja auch jetzt euch so ein bisschen mitgenommen was ich jetzt alles gemacht habe um mich wieder so ein bisschen zu sammeln und gerade so to do listen schreiben die woche zu planen und auch einfach vielleicht auch über solche veränderungen mal nachzudenken und auch zu reden tut echt immer gut um den kopf zu sortieren also das kann ich jedem von euch empfehlen aber jetzt möchte ich euch nicht weiter voll labern ich hoffe euch hat dieses video gefallen auch wenn es jetzt so ein bisschen kurz vor knapp war weil ich halt wie gesagt erst donnerstag nacht nach hause gekommen bin habt noch eine wunderschöne woche bis nächste woche und dann macht es gut ciao ciao